Da ist sie. Juhu. Hübsch, die Kleine. Seht mal, die hat sogar hübsche Schuhchen an. Gib mir die Schuhe, Baby. Her damit, na los. Braves Mädchen. Die Brille ist auch schön. Gib sie her. Und jetzt will ich nur noch eins von dir. Seht euch dieses Riesenbaby an. Was willst du? Dir die Wahl lassen. Du bist in meiner Zelle, Verzack, und du hast nicht um Erlaubnis gefragt. Also du und deine Freunde können jetzt entweder gehen, oder sie tragen deinen fetten Arsch in einem Eimer raus. Gut, ich zähle bis drei. Wirst du eigentlich, mit wem du redest?